Herzlich Willkommen zu einem Podcast von Let's Fun Hey Day! Heute die erste Fahndung am Start und heute möchten wir 10 Schiffe hintereinander abschicken. Ich weiß für alle die meine Rekorde kennen, ist das im Verhältnis nicht viel, aber es ist trotzdem viel allgemein. Also 10 Schiffe abschicken und ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, vorweg, wie viel glaubt ihr schicke ich weiter ohne sie abschicken zu können. Das ist nämlich auch wichtig, also ich werde 10 Schiffe auf jeden Fall abschließen und wir fangen an mit dem ersten und ich werde sagen, let's go in, äh, einfach rein da. Ich bin mal gespannt. Ich habe es auch schon von vielen gehört, ey komm Robin, mach das doch nochmal. Einfach mal Schiffe hintereinander abschicken und das machen wir heute. 10 Schiffe ist das Ziel und das werden wir auch schaffen. Und ich bin mal gespannt, ob die Leute, und da ist schon das erste, da habe ich mir schon gedacht, dass das gekommen ist und das nächste ist auch nicht viel besser. Auch wenn es Weizen ist, Weizen ist immer geil, aber, ja, Pizza und Tomasushi ist natürlich viel. Für den Arsch. Des Weiteren werden wir, ähm, natürlich viel leveln, viel kaufen, viel shoppen und versuchen, einige Sachen im Shop zu ergattern. Also da bin ich auf jeden Fall richtig scharf drauf. In der Zeit, wo wir auf die Schiffe warten, die gefüllt werden müssen. Also eins haben wir weitergeschickt. Und das hier, oh, oh, das kann ich doch machen gut. Ich weiß nur nicht, wie schnell Pizza gefüllt wird, aber in der Zeit können wir ja auf jeden Fall auf das Weizen warten, was ich gerade angebaut habe. Das ist schon mal nice. Eine Minute irgendwas steht da, das ist gut. Auch mehr Bären. Smoothie rein. Läuft. Das läuft auf jeden Fall. Sehr gut, jetzt können wir auch ein paar LKWs abschicken. Muss ich mir noch viel leveln. Road to Level 200 ist nämlich da. Deswegen ist das Level, äh, ist das hier, 10 Schiffe hinterher abschicken, auf jeden Fall. Sehr gut. Ein bisschen Tee. Ich muss unbedingt wieder Teeblätter anbauen. Ich hab davon so wenig. Boah. Unfassbar wenig. Hat schon Ronny gefüllt. Hi Ronny. Das geht. Also wenn das einer voll macht, dann, äh, werde ich auf jeden Fall. Heute ist Chili im Angebot, ne, ganz oft. Oh, ich brauch mal Kraut einen Kuchen holen. Oh, ich brauch mal wieder ein paar. Ja, Chili ist gut. Chili ist heute ein gutes Inserat, das ist top. Gibt's hier billiges Weizen, dann kauf ich mir das eben. Naja, leider nicht. Leider nicht. Wenn ich doch nicht auf das Weizen warte, das dauert mir doch ein bisschen zu lang. Ja, Weizeninserat kannst du heute nicht bringen. Also heute muss ich auf jeden Fall, ähm, Chili machen, wegen, wegen dem Tal. Das, äh, ja. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Kein Infakt, das ist Fakt. Boah, ey, was ist das? Ich krieg im Moment nur so Scheißaufgaben beim, äh, beim, äh, beim, oh, sieben Bolzen. What? Beim LKW. Der LKW, der gönnt gar nicht mehr, der gibt einfach nur so, so Kackeaufgaben raus. Ich hab mich auch schon, weil Super ist ja beschwert, dass die diese Kackeaufgaben rausnehmen sollen. Ich hoffe, dass sie es beim nächsten Update rausmachen, das wäre so geil. Würde mich so freuen. Ey, das ist, weiß nicht. Wenn, die ultimative Kackeaufgabe zum Beispiel, 27 Kohlebarren. Wie unnötig ist die? Wer macht die denn? Also ich hab, äh, so eine ähnliche Aufgabe jetzt bei einem gefüllt gehabt. Jetzt, wo ich hier die Belebenaufgabe hatte. Ey, unfassbar. Un- Fassbar. Aber das war nicht, dann, er hatte dann nicht 27 Kohle gebraucht, weil der war noch ein niedrigeren Level. Und ich glaube, da braucht man dann weniger im Verhältnis. Keine Ahnung, 12 oder so. Aber selbst das, für das Level, was er war, ich weiß nicht mehr, um die 50 rum, ist schon viel. Ja, und vor allem in dem Level, wo er da noch ist, der braucht ja dann noch die Kohlebarren für persönlichen Zug zum Upgraden. Oder auch für Eisenanbände. Also ich brauch's ja auch für Eisenanbände, aber ich brauch's nicht mehr für den persönlichen Zug. Ich glaube, für den persönlichen Zug, da geben viele auf jeden Fall noch ab. Warum füllt denn hier keiner schon wieder? Das richtet mich schon wieder auf. Ich muss mir das mal hier aufschreiben. Hier ganz professionell wieder am Editor. Mach ich jetzt mal eben hier nebenbei. So, welche Schiffe ich weitergeschickt habt. Schiffe abgeschickt. Schiffe weitergeschickt. Zähle ich mit. Okay, bei beiden eins. Jo, was haben die denn alle mit der Pizza? Ist irgendwie italienischer Tag heute, oder was? Wollen alle Pizza haben. Danke, Winterfell. Gute Nacht, Ronny. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Das war ein Mix aus Nacht und Ronny. Das war die Special-Ausgabe von seinem Namen, glaube ich. Einfach mal die 10 Schiffe hintereinander abschicken. So muss das sein. Bisschen Diamanten gönnen für Hayday. Ja, das mit Free-to-Play hat auch nicht so geklappt, wie ich wollte. Das liegt aber auch mit Road to Level 200 zusammen, weil sonst würde ich einfach zu langsam... Also nicht zu langsam, aber ich würde langsamer leveln, als ich halt wollte. Ich könnte die Events nicht mitnehmen. Das geht leider nicht so einfach. Ah, geht schon. Will ich aber nicht. Ich will es einfach nicht. Ich will es einfach nicht. Ja, was ist hier los mit den Pizzen? Geht ja gar nicht hier. Und da waren wir jetzt auch voll oft hapern, dass die Leute einfach nicht helfen. Ich könnte natürlich auch noch Schub nehmen, aber... Ne, Schübe sind verboten, Leute. Wir nehmen keinen Schub. 10 Schiffe hintereinander, ohne Schub. Ganz wichtig. Kann ja jeder sich einfach Kisten füllen lassen hier von Tom, dem Aldi-Menschen. Nein, machen wir nicht. Kommt mir nicht in eine Tüte. Oh, viel Schindles. Ah, schade. Granja. Nein, Granja. Granja und Versender. Das sind ganz schlimme Burschen. Ganz schlimme sind das. Wir warten hier auf 6 Pizzen, die gefüllt werden. Mein Energie-Pensum ist jetzt leer. Ich habe noch gar kein Schiff abgeschickt. Das ist ja das Erste, was da ist. Null. Null abgeschickt. Einen weiter geschickt. Wir können doch machen, was zuerst 10 erreicht. Aber nein, wir machen 10 Schiffe abschicken. Auf jeden Fall hier. Brauchen wir eine Inserate, glaube ich. Das geht so nicht. Oh. Hat er gefüllt. Lochbui. Sus. Sus ist nicht irgendein türkisches Wort? Nein. BMRs. Nein, ich kaufen. Kaufen verboten. Nichts kaufen. Kaufen nichts gut. Jetzt wird es im Moment noch das Helferereignis. Hier filmen wir auch noch 10 Stück. Aber die kriegen wir auf jeden Fall noch hier in einem Video zusammen. Auf jeden Fall. Da müssen wir aufs Neubuch warten. Hat das keinen Sinn mit helfen. Alle Helfer, Sachen, die sind jetzt schon weg. Oder haben wir irgendeinen? An New Mega habe ich eben noch nicht. Ich hatte nämlich eben zwei Belebenaufgaben gemacht. Deswegen kann ich hier schon zu den Leuten gehen, wo ich noch nicht war. In New Mega war ich eben noch nicht. Er hatte eben noch keine Hilfe gebraucht. Dem passt das alles. Braucht er 7 Fischfilet. Okay, jawoll. Das habe ich natürlich nicht. Oh, Big Pick. Drittplatzierter von Farm bewerten Season 3. Und BMRs. Er hat es ins Rad gekauft, aber er hat das Schiff gefüllt. Das nenne ich mal. Netter Boy. Er ist auf seine Kosten gekommen. Eins abgeschickt, eins weitergeschickt. Weiter geht's hier. Richtig on fire. Let's go. Die will bestimmt wieder Äxte haben. Guck mal, guck dir den Blick an. Äxte. Äxte. Hey. Mary. Aus. Nice. Okay, gebe ich jetzt trotzdem nicht. Wenigstens keine Äxte. Okay, Butterpopcorn. Boah, habe ich gerade echt... Boah, ich mache ein Zuckerschiff. Das wird ein richtiges Loch in meiner Zuckerproduktion. Oder allgemein Zuckerlager reißen. Machen wir mal Sojabohnen. Heute gar keine Klotsche rein Spender sein. Aber vielleicht gleich noch. Werden wir gleich vielleicht bestimmt sogar noch erleben. Ich weiß gar nicht, ob noch einer anders ist. Wir können auch noch die Stadt machen. War ich auch noch nicht. War ich, glaube ich, die ganze... Äh... Zwei Tage nicht. Ganze zwei Tage nicht. So, können wir Ihnen da mal helfen? Ich brauche noch 10 Inserate. Oh, was? Ziegen mich kaufen. Da 16 Eisenbahnen. Ey, wer macht das denn? Kann doch keiner erzählen, dass es Ihnen da macht. Flue hier. Oh, die kaufe ich mir zurück. Hätte mir eben einer geklaut. Wollen wir uns wieder... Ja, hast du ja gemeint, das ist, glaube ich, keine Ordnung im Moment. Aber ist auch nicht schlimm. Zu dieser unchristlichen Uhrzeit, wo ich das Video aufnehme, kann ich das sogar verstehen. Zum Glück sieht man das nicht in meinem Video, wenn ich die Videos aufnehme. Das wäre Untergang für mich. Robin, du kannst nicht so spät Videos aufnehmen. Je nachdem, von welcher Seite man guckt. Entweder so spät oder so früh. Wollen wir mal drauf an. Ich hoffe, die Schiffe sind aber heute nett zu mir. Ich habe keinen, ich habe keinen, das ist auch so unfaire Schiffe. Wie das erste. War schon wieder Horror. Guck mal mal. Erstmal jetzt die Stadt. Jetzt sowieso jetzt auch Butterpopcorn warten. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Das Problem ist, ich bin nicht mehr im Zyklus. Wenn man einmal aus dem Zyklus raus ist. Ich war ja im Zyklus mit, ähm, mit Dings. Schneller, ihr Neil Pferde. Was habe ich denn davor nochmal? Schon mal vergessen. Es war denn davor jetzt noch beim Schiff? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich in dem Zyklus drin. Jetzt bin ich ja im neuen Zyklus quasi. Von Inserats her. Oder beziehungsweise Zeitung her. Ich muss jetzt sowieso warten. Okay, wenn ich einen wegschicke, dann kann ich, äh. Zehn Leute holen. Ist dem persönlichen Zug. Schick mal zum Kurs, äh, zum Pension. Macht doch nix. Boah, komm weg damit. Boah, ich habe irgendwie vor, wenn ich noch eine... Guck dir das mal an. Wenn ich noch eine Scheune habe. Meine Scheune ist leer. Komplett ausgesaugt. Ich bin immer noch fleißig am Leveln, damit ich unbedingt noch, äh, das Levelziel erreiche. Ich glaube hier gar keinen von der Pension geholt, ne? Korbat dafür aber. Und die Leute auf jeden Fall in der Pension stecken hier, die eine Pension wollen. Und Korbat muss ich jetzt mal kurz gucken. Weil alles was Korbat ist. Aber jetzt würde ich nicht die erst machen. Boah, noch mal eine Decke. Geil. Ich glaube alle in der Pension außer einer wollte die Decke haben. Das ist gut. Ein gutes Ergebnis. Boah, jetzt zwei Humerschwänze. Nein. Äh, nein. Lass mich überlegen. Äh, nein. Der Rückblick kommt wahrscheinlich erst morgen. Oder später noch. Pension ist voll. Nein. Ah, wollte aber keine Decke mehr. Schade. Voll gepasst. Koppelt es auch voll. Äh, doch nicht. Jetzt. Jetzt ist es voll. Einfach wegschicken, die, die Belger. Weg damit. Boah, ihr müsstest wenn ihr dann unkoppelt voll? Glaube ich nicht. Wusste ich doch. Ach guck, Kino war gar nicht dabei. Oh man. Komm, wie schnell es gefüllt wird. Hey. Das kommt, wenn man vier Inserate in der Zeitung hat. Und Hilfereignisses. Ich glaube nur von Inseraten kommt das nicht, aber. Hilfereignisses. Dann scheint mein Schiff erfolgt zu sein, glaube ich. Immerhin etwas. So, Dalle. Das war die Stadt. Das ging aber zwatz hier. Und Schiff auf heu. Danke, Murphy. Äh, irgendwas Island und irgendwas Doc oder so. Schiff abgeschickt Nummer zwei. Acht to go hier. Sirup, Hummer, Suppe und Erdbeeren. Boah, Erdbeeren habe ich gar nicht mehr. Ich habe keine Erdbeeren mehr. Ohne Scheiß. Wo kriege ich die denn jetzt so schnell her? Ich werde die auf jeden Fall nicht freigeben, ey. Das wäre ja wohl der Horror. Niemals. Niemals Erdbeeren freigeben. Ich kann die, glaube ich, zur Not von meiner zweiten Farm und meiner Geleboon-Farm holen. Boah, vier nur noch. Okay, 8, 16, 24, 32. Advan brauche ich. Okay, ich gucke mal. Ich muss mal kurz zur Regie schalten. Oh, hier ist, äh, der alte Shetron vom letzten Livestream. Zack, nochmal weg. So. Guck ich Erdbeeren? Nö, doch ein paar. Das sind 32. Ja. Komm, mach ich mal. Hauen wir mal alle 32 Erdbeeren hier rein. Wir gönnen mal unserer ersten Farm etwas. Was ganz Nettes. Vom Herzen. Damit aus mir auch mal was wird. Müssen wir, dann muss ich mir doch mal selber helfen. Kann ja nicht sein. Fangen wir, dass ich keinen Erdbeeren mehr habe. Ich habe, glaube ich, ich habe zu viele Bärensmoosies gemacht. Das ist nicht gut, wenn ich so viel Himbeeren und Brombeeren habe. Dann mache ich zu viele Bärensmoosies. Boah, danke schön, Anfiasich. Das ging aber ratzfatz hier. Heute ist, heute ist das Schiff on fire, sage ich euch. Heute ist es on fire. Schiff Nummer 3. Also 3 zu 1, hier steht's. Weizen zum zweiten Mal. Weizen. Ich raste aus. Was? Schon wieder Weizen? Einfach nur geil. Ich habe vergessen zu ernten in der Zeit. Lol. Und nein, ich werde garantiert keine Erdbeeren anbauen. Ich glaube, Erdbeeren habe ich schon bestimmt über ein Jahr schon nicht mehr angebaut. Guck mal, ob ich ein bisschen Weizen kaufen kann, damit es schneller geht. Wollen wir ja nicht rumwarten. Ein Brötchen holen wir uns aber. Die Brödels sind meine. Tomaten. Ach komm. Ich nehme einfach alles, außer die Eier. Ich nehme einfach alles. D3 ist schon wieder in der Botfarm hier. Oh. Also die muss ich, muss ich eben melden hier. Aufschreiben. Vorgemerkt. Danke fürs Weizen, aber ich habe jetzt trotzdem gemeldet. Ey. So einfach ist das. So einfach ist das. Vielen Dank. 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 Okay, das können wir machen. Was ist das Ding? Eddies, welches Level ist der? 22? 18. Eddies und Avery. Oh, Avery sagt mir was. Avery. Der Name kommt mir so bekannt vor. Die hat bestimmt den 100er Baum hier. Die hat bestimmt den 100er Baum hier stehen. Der , der vierte, der vierte, der vierte, der vierte. Los, Pfirsich, macht die dritte auch noch voll Mach's schon Ach, er macht's nicht Ach man Mr. Pfirsich Aber danke für die zwei Kisten Besser als gar nichts Wir warten jetzt auf den Strauß, der gefüllt wird Ich hoffe, muss ich noch helfen eigentlich Da haben wir noch genauso viel, oder? Wasser, Milon, nehmen wir mit Die dauern nämlich fünf Stunden irgendwas Wer fehlt denn noch? Neun oder was jetzt? Ja, neun noch Dankeschön, Yvonne Yvon's Y-Fize-Farm Dankeschön, sechs Schiffe abgeschickt Und zwei weitergeschickt Sechs zu zwei für uns Geht bis zehn Nämlich ein bisschen nach Volleyball oder so Aber egal Volleyball mit Hayday Volleyball in Hayday Er wollte auch immer noch mal eine neue Hayday-Spiele-Video machen Moment, passt das zeitlich einfach nicht bei mir Jetzt machen wir ja, ich sehe was, was du nicht siehst gespielt Schon ein bisschen länger her jetzt Aber war lustig Kann man jedenfalls machen Kein Pflaumensmoothie mehr Kein Pflaumensmoothie mehr Ich glaube, weil man dafür Honig braucht Also deswegen ist Pflaumensmoothie auch der hässlichste Smoothie Obwohl, Joghurt-Smoothie ist auch nicht viel besser Wo man dafür Sahne und Zucker braucht So einen Schlimmeren Na, Guckensmoothie braucht man auch wohl nicht Aber Guckensmoothie fällt mir irgendwie leichter Was brauchen wir denn noch hier? Ja, stimmt wegen den Trauben, glaube ich Ich glaube, deswegen habe ich den so selten Die Trauben machen es aus Die Trauben sind der Übeltäter Kommen wir jetzt noch hier Aus die Kala Strauß rein Warte, wir haben nur noch Inserate drin Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Sechs Stück Sechs Inserate, sechs Schiffe abgeschickt So läuft das hier Das ist schön Läuft doch wie gejuckt Läuft doch wie gejuckt Jetzt habe ich auch keine Kiste blau gemacht Instinkt Statt ist auch alles voll Das ist auch gut Er muss nur noch die neuen beleben Wenn wir zusammen kriegen Was pflanzen wir jetzt hier Hier müsste ich an die Kopfsel anpflanzen Wegen Äh, nee, Themenblätter Trägt wieder über den Haufen geworfen Kurz drüber nachher Und dann Äh, nee, doch nicht Dankeschön Also, Alodia Y0 Nullion Kommischer Name Aber Dankeschön Noch keine Hilfe hier MG15 Botfahren Aber noch prozentig Ja, sicher Ohne Gemeinschaft Dankeschön Vier sich Mit einem Herzen Schiff Nummer 7 Drei Schiffe to go noch Mokka habe ich nicht Ohne die Apfelkuchen Habe ich ein bisschen Okay, Spamblad Habe ich eben in der Zeitung gefunden Müsste ich eigentlich auch haben Das achte Schiff Fährt in den Half-Mine Der Derby haben wir auch fertig Der Derby ist auch fertig Sehr schön Oh, Mokka habe ich doch Oh, warte mal Passt das denn Warte mal Vier Oh Drei Braucht mindestens Drei Kirschmarmelade Von den anderen Habe ich Muss ich haben Ich meine Ich habe das mit meiner Zweiten gemacht Deswegen müssen wir auch Jetzt direkt nachgucken gehen Direkt mal nachgucken Ich wusste es Drei Das reicht Ich mache noch direkt Nachschub Kann er mehr on Das wird mir eine Säge Aber ist egal Nicht so schlimm Dann bleibt ja Ein Baum halt kahl Soll nicht Soll nicht die Welt Ich sollte echt Mindestens hier glaube ich Marmeladen oder so machen Immer das was lange dauert Auf jeden Fall produzieren Richtig wichtig glaube ich Wer sind die denn? Oh 5 habe ich sogar Ja gut ich gebe alle 5 rüber Immer her damit Immer her damit Oh hätte ich auch voll machen können Na egal Danke Chinese Mich Tintin Und Versender Sabrina Das ist wieder die Versender Bande Schiff Nr. 8 Fährt aus dem Hafen Hinaus Baumwollstoff Mokka und Brombeeren Ich wusste gar nicht Dass ich Mokka habe Den denn her Manchmal So Sachen in meiner Scheune Da frage ich mich Wo kommen die her? Wo schnell Dengen geholfen dir? So soll das? Ich kann auch noch Ausrufezeichen Obwohl eigentlich ist egal Was ich jetzt dazu bekomme Ich würde euch das gerne zeigen Wir gehen gleich noch rum Nach der 10 Schiffe Challenge Zwei Schiffe noch Vielleicht müssen wir gleich noch mal warten Gerade beim letzten Schiff Mit schnell voll sein das Schiff Mal komm Baumwollstoff Wollte richtig schnell gehen 9 Sekunden Dann gehen wir noch schnell Nach Kirill Auch eine Stadthilfe Geben wir ihm einfach 8 noch Das kann war ich auch noch nicht Oder ist gut 7 6 5 Vogelfarm 4 Hat es immer Glück Dass ich gerade am beleben bin Auch Stadt Keine Büsche hier Oh Stadt Oh doch Der muss einen Busch haben Ah ne Doch der muss trotzdem einen Busch haben Ah ne Quatsch Er ist nicht mehr hier Okay der hatte keinen Busch mehr Ah schade Okay 4 noch Kriegen wir hin Danke Honigmonster Trottinette Und Felizidat Das letzte Schiff 9 zu 2 9 abgeschickt 2 weitergeschickt Ja Easy Sojabohnen Zuckerrohr Und Auflauf Easy Wie einfach Da brauche ich ihn dann Hilfe 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 Pasender Nike 2 noch Boah 7 Wien Was ey Am Arsch Boah 18 Eier Wie einfach Yes Easy Nice Klärband 5 Stück Haben das Ereignis sogar noch geschafft Super Auflauf Zuckerer Und Sojabohnen Ist jetzt das nächste dran 900.000 geknackt Oh Knackt man auch eigentlich noch alles hier in diesem Video Ich hab fast stream gesagt Ist ja gar kein stream Komm das Schiff machen wir selber Das Ehrenschiff Oder das Schiff zu Ehren Schiff Nummer 10 Also 10 abgeschickt 2 weitergeschickt Für alle die 2 In die Kommentare Geschrieben haben Haben recht gehabt Mehr nicht Die haben einfach recht gehabt Mehr kann ich euch nicht anbieten Ihr habt einfach recht gehabt Ihr seid gut Ihr seid gut Weil ihr eine andere Zahl hingeschrieben habt Äh Ihr seid schlecht Nein Versucht beim nächsten Mal nochmal Aber 2 hab ich glaube ich Ich glaube ich schon mal Weitergeschickt Ich meine das wäre so eh nicht gewesen Oh Achso das war die War die Botfarm Nice Wenn wir noch die LKWs hier abfertigen Kommen wir noch viele oder was 2,30 Sekunden 1 Minute Kommt noch einer Ja es geht ja Easy going Tom Zum Aldi und Tobi Honig Apfelkuchen Wer nämlich gerade bei meiner kleinen Challenge Nämlich missbraucht und verbraucht Kopfschlatt dauert noch eine Stunde Also dann bin ich aber nicht mal un Kann von mir aus alleine alleine da Sich ernten lassen Boah es gibt Bräuchte noch so einen Farmhelfer Der hier die Felder erntet Das wäre ganz cool Den würde ich mir glaube ich auch holen Olaf Wir nennen ihn Olaf Dann bräuchten so einen Olaf Der hier die Felder erntet 5 Salz Gibt es auch nicht Ja da ist ja die ultimative Kackaufgabe Wir sollten sie reporten Diese Aufgabe 27 Kohle Am Arsch 27 Kohle Hat doch keine Sau Ah ich glaube deswegen Ich habe Mokka gemacht Ich glaube deswegen habe ich Mokka Stimmt Oh 46 Popcorn mal ebenso Habe ich Habe ich Immer da Ach komm bekomm ich mir neues für Popcorn Oh da wollte ich gar nicht hin Wollt doch gar nicht zu Floris Farm Bagine Pullover Brokkoli Suppe Hätte ich auch noch machen können Aber egal 10 Schiffe Abschicken heißt das Video Deswegen auch 10 Schiffe Abgeschickt Zwei weitergeschickt Ich glaube die Aufgabe sehen wollt Nicht mehr Je nachdem Obwohl Je nachdem Greg Junge Oh weh du willst extra haben Ey ich ramme dir eine Achse in deinen Kiefer Nein Natürlich nicht Will ich niemals tun Greg Einfach nein und ciao Weizen 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 kriegst du natürlich Aber da Kann ich natürlich nicht verneinen Wir wollen hier nicht Brutal Oh die ultimative Kackaufgabe schon wieder Ey Ich glaube die filtert meine ganze LKW-Tafel immer durch Die filtert meine Aufgaben Ohne Scheiß Aber ich sage mal Wir sind auf jeden Fall hier nicht gemein Wir sind hier lieb Tun hier keinem weh Selbst den Greg Master nicht Auch wenn er nur Scheiße haben will Außer heute Heute sah er der liebe Greg Kann ich was mit dem los ist ey Bestimmt seine Tablette nicht genommen Oh der hat sie mal genommen Bestimmt nicht das Ja Leute Das war's fürs Video Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen könnt ihr gerne Daumen hoch da lassen Abo da Das würde mich freuen Teilen nicht vergessen Und die Glocke aktivieren Auch nicht vergessen Ähm Ja 10 Schiffe abgeschickt Schreibt mir eure Meinung dazu In die Kommentare Würde mich mal sehr freuen Ähm Ob ihr es gut findet Oder wenn ihr was anderes sehen wollt Könnt ihr mal reinschreiben Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein Und ciao Wir sehen uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.